Wir haben hier! Wir haben hier! Wir haben hier! Großart, Miral Dönitz wird hoch erfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie... Ja, in der Tat, es ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte. Wie man hört, soll ja das V2-Raketenprogramm bald die große Wende bringen. Die Reichweite der neuen Rakete soll ja kolossal sein. Wann ist denn damit zu rechnen? Tut mir leid, ich möchte nicht darüber sprechen. Allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Verstehe. Bitte um den Zahn. Männer, hier bin ich! Ja! Mach dich! Entschuldigung. Ah, mach doch nichts. Kommt, Kinder, wir spielen oben. Ja! 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 Der General Feldmarschall, der Führer möchte Sie sprechen.